Alle zusammen, mein Name ist Atiran und ich bin im ersten Lehrjahr. Mein Name ist Alison und ich bin im zweiten Lehrjahr. Mein Name ist Luisa, ich bin im dritten Lehrjahr. Wir alle zusammen machen das KV bei der Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Und heute geben wir euch einen Einblick in unseren Berufsalltag. Wir noch als Lehrer am Hauptsitz haben ein offenes Bürokonzept. Das heisst, ohne fixen Arbeitsplatz kannst du dir am Morgen entscheiden, wohin du sitzen möchtest. Dazu haben auch wir Lernende die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Die Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG ist eine Tochtergesellschaft von der Benner Mobility AG in Stuttgart. Der Hauptsitz von der Schweiz ist in Schlieren. Wir verliessen, finanzieren und versichern Fahrzeuge für Privat- und Firmenkunden. Das Coole an der Lehre bei uns ist, dass wir alle drei bis sechs Monate Abteilung messen. Zudem hat man die Möglichkeit, einmal für drei Monate zu unserem Standort in Tessin oder in die französische Schweiz zu arbeiten. Wir lieben dich jetzt! Bei der Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Und wir freuen uns auf dich! Wir sehen uns auf dich!